Diskodanz ist etwas, was aus mehreren Tanzstilen besteht. Man findet im Diskodanz sowohl Hip-Hop als auch Technik wie Jazz oder auch Akrobatik. Das Besondere am Diskodanz ist allerdings die Geschwindigkeit. Dabei werden auf 41 Beats pro Minute getanzt. Das bedeutet ca. das Doppelte des menschlichen Herzschlages und das macht es eigentlich auch so sehenswert. Also gerade im Diskodanz gibt es eine ganze Menge Coaches. Beginnen wir mit der Julia, dann haben wir die Caro Ansorge, wir haben aber auch die Caro Borcher, die macht unseren Technikbereich. Wir haben die Silvie, die in der Choreografie hilft. Wir haben die Maria und schlussendlich natürlich auch mich. Wir alle unterrichten und geben Unterricht im Diskodanz. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.